Okay. Ungut. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Unersättlicher Feendache. Ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Oasis and The Lost Demon. Ja wir sind ja beim Unterschlupf geendet. Wir sollen immer noch weiter ins Geäst vordringen. Das machen wir doch mal. Können da mal noch ein paar Super-Taten. Eigentlich könnte ich noch mal gucken, ob ich ihn noch mal brauen kann. Wo war denn das? War das nicht hier irgendwo? Doch hier. Status? Ne. Archiv? Ne. System? Ach ne das war hier irgendwo. Moment hier war das. War das nicht hier? Braun. Genau. So war das. Das ist ja nicht wie bei, ähm, bei, äh, den Bayonetta-Spielen, wo du einfach, äh, überall bauen kannst. Sondern hier muss man das so machen. Let's go. Brauferbergang beginnen. Ja, machen wir mal. Einfach, dass wir auch Cheshire dann nochmal mitdancen sehen. Und. Medizin in einer Blütenflasche. Yay. Yay. Parfüm. Schön. Okay, und es wird aber auch nur einmal pro Typ gezeigt. Das ist ja auch schön zu sehen. Wissen wir das auch mal. Und so in etwa, äh, fände ich auch das Kochen-Menü von Breath of the Wild eigentlich ganz nett. Wenn man nur einmal die Zutaten raussuchen muss. Und nur einmal die Animationen suchen muss. Und nicht, oh, ich will das jetzt fünfmal herstellen. Ich muss fünfmal durchs Elementar, durchs Kurschen, alles wieder raussuchen. Und das fünfmal nacheinander anklicken. Und fünfmal nacheinander die Animationen angucken. Und, äh, oah, da kriegst du das Kotzen. Äh, sorry, das ist echt nicht gut gemacht. Da kann man mir erzählen, was man will. Aber naja. Äh, hier kommen wir weiter. Okay. Gut. Äh, Meep. Was haben wir hier? Steht da jetzt was zum Vogel? Irrlichtblatt 4. Wenn ihr jemals im Wald unterwegs seid und lautes Gebrüll hört, lauft davon und versteckt euch so schnell ihr könnt. Denn höchstwahrscheinlich habt ihr dann den Jabberwock gehört. Ein Feendrachen, wie er mächtiger nicht sein könnte. Der Jabberwock sieht alles als Nahrung an, egal wie groß oder klein. Wenn er euch fängt, wird er euch mit einem Haps auffressen. Früher wurde er wohl einen Händen am Käfig gehalten, aber irgendwie ist er daraus ausgebrochen und sorgt seitdem für Unruhe. Selbst die anderen Feen können ihn nicht kontrollieren. Oh, und das Schlimmste an allem ist, dass er auch noch Flügel hat. Er kann also fliegen. Denn dementsprechend schwer ist es, sich vor ihm zu verstecken. Wenn er euch einfach hinter irgendeinem Objekt verkriegt, findet er euch trotzdem. Ihr müsst ein Versteck finden, in dem man euch auch vom Himmel aus nicht sehen kann. Lichter mit großen Gegenständen am oder im Kopf müssen besonders vorsichtig sein. Soweit ich weiß, hält sich der Jabberwock meistens irgendwo im Mistral-Gäst auf. Mein bester Ratschlag wäre also, sich überhaupt nie dorthin zu begeben. Okay, jetzt wissen wir zumindest mal, womit wir es zu tun haben. Einem Feendrachen. Okay. Hm. Klingt ja sehr, äh, zu voll, äh, das klingt ja sehr einladend. So. Okay. Ähm. Hier einmal entlang. Mach dich schwer. Äh. Mach dich schwer. Oh, das wollte ich nicht. Vielleicht gleich ist es jetzt. Keine Ahnung. Egal, wir gehen weiter. Oh. Oh. Cheshire, let's go! Und dann den hier bitte auch noch. Weg mit dir! Let's go! Nehmen wir halt ihn mal. Cheshire, over here! Autsch. So, kann ich den bitte mal? So, und jetzt ihn hier. Was ist jetzt passiert? Oh. Äh. Was war das? Das war der Troublewalk. Offensichtlich. Okay, keine gute Idee. Sah schon so eisig aus. Das ist okay. Eis kalt. Eis kalt. Okay. Ungut. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Unersätlicher Feendache. Tschabberwalk. Wenn wir jetzt gegen den kämpfen müssen und das eine Weile lange dauert, dann wird das ein Überlängen-Part. Okay, wir müssen zumindest mal gegen ihn kämpfen. Heißt? Uff, das bringt nichts. Er ist zu stark. The monster's body was hard as steel. Cheshire let out of frustrated growl. Oh Gott. Oh Gott. Okay, das war so ein Ding, was man verlieren muss, oder wie? Vielleicht dürfte auch keine Items einsetzen, was ich tatsächlich mal machen wollte gerade, aber ging nicht. Die monster's wings were hard as steel. Cheshire's clothes seemed like toys by comparison. Dramatisch. Dramatisch. Die monster war so eine neue Angelegenheit. Dramatisch. Dramatisch. Sie war schrecklich mit Angst. Ja, das Feld hier ist auch noch runter. Wie ein Hauk schützt Maus. Die drachonischen Faerie suchen für ihre Beine. Cheshire versucht zu transformieren, aber mit Ceresa's magie und Flux aus Angst, sein Körper bleibt klein. Oh, ich bin Cheshire. Du schrecklich, Weakling. Der kucklige Körper hat sich nicht aus seiner schrecklichen Worte genommen. Gibt es an ihre Angst, Ceresa schüttelt auf Cheshire und rief. Gibt es an ihre Angst, Ceresa schüttelt. Gibt es an ihre Angst, Ceresa schüttelt. Ja. Ja, es war halt nicht nur sie, die nichts ausrichten konnte, hm? Er erinnert die Beine. Das war die erste Mal, dass er die Beine verletzt hat. Und er liebte es nicht nur ein bisschen. Geht einfach aus meinem Weg. Das war alles, was der Dämon mitmachen konnte. Gibt es an ihrer Angst, Ceresa zu hören? Kapitel 7. Das Drachen-Nest. Das nächste Mal zeigt, dass es einen wunderschönen Kugel zeigt. Ich werde sie zu einer Puppe bieten. Cheshire schelte seine Bravade, als die Suresa hörte. Es machte nichts, um ihre Worte zu schützen. Was ist, wenn ich hier lang gehe? Nichts. Okay. Erstmal dahin muss die Pfoten nicht hinführen. Ihr kennt das ja. Aber da ich diesmal heute gar nicht so viel aufnehmen will, sondern eigentlich nur zwei Parts, hätte ich gerne nochmal einen Speicherpunkt. Ah. Okay. Nimmt man. Nimmt man sehr gerne. Und ich nehme es auch einfach wieder auf die 6, oder? Ja komm, da war nicht so viel. Let's go. Überschreiben. 49. Ja, das ging ja erstplot. Gut. Aber ich würde sagen, dann soll es das für diesen Part auch erstmal gewesen sein. Ich bin nämlich sehr fest zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß an dem Part über einen Kommentar. Deine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und wir werden uns beim nächsten Mal wieder sehen, wenn es wieder heißt Let's play Suresa and the Lost Demon. Bis dann. Macht's gut. Ciao, Leute. Bis dann. Nicht. Ja, da steht. Vielen Dank.